Das ist die Schäfermix Hündin Peggy. Die ist ungefähr zwischen acht und zehn Jahre alt. Genau können wir es leider nicht sagen, weil die Peggy stammt aus einem, ja ich würde fast sagen Animal Hording Fall. Das waren damals acht Hunde, die wie wilde Hunde auf einem großen Grundstück gehalten wurden. Wir haben damals vier Hündinnen von diesem Rudel übernommen. Zwei Hündinnen sind vermittelt worden und das Muttertier zur Peggy, das war die Paula, die musste leider kurz vor Weihnachten erlöst werden. Die war schon sehr alt und auch recht krank. Und ja, die Peggy ist jetzt halt in der Trauerphase. Sie sucht verzweifelt nach ihrer Mutter. Sie ist also wirklich, man merkt ihr das deutlich an. Sie ist da sehr zurückhaltend im Moment. Sie ist eh kein Hund, den man, sage ich jetzt mal, an die Leine nehmen und mit ihr spazieren gehen kann. Peggy ist eine sehr scheue Hündin, aber eine ganz liebe. Und wir suchen für sie jetzt einen Platz, wo sie praktisch wie eine Art Wachhund gehalten werden kann. Sie ist also kein Hund, den man an die Leine nehmen kann, mit ihr Gassi gehen kann. Und sie wäre einfach glücklich, wenn sie irgendwo zum Beispiel mit einem älteren, erfahrenen Hund mitlaufen könnte, auf einem Grundstück, was eingezäunt ist, gehalten werden kann und da einfach Hund sein darf. Also das wäre, glaube ich, das, was der Peggy am besten gefallen würde. Und so würde sie wahrscheinlich auch über den Tod ihrer Mutter leichter hinwegkommen.